Musik 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 Unter dem Maul muss man dann auch nochmal ein bisschen Achtung 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 So jetzt wird er nur noch eingesert haben So das sieht schon nach Husky Achtung aus Dann noch ein bisschen rum, müssen wir nachher noch ein bisschen nacharbeiten. Jetzt kommen wir in der Mitte an. Jetzt ziehen wir das auch nochmal nach. Jetzt müssen wir das unten unten etwas verdunkeln. Im Bereich der Schnäuse. Schatten von der Nase. Sie steht hier schließlich über. Jetzt nochmal die Augen vertiefen. Jetzt kommt der Kontrast. Die Zunge legen wir nochmal mit Weißwacht. Dann kommt eine kräftig rote Zunge. Auch wenn es eigentlich nur der Kontrast zum Weiß ist. Das ist ein bisschen anheben. Dann kommt der oben ausgeschnauze raus und hat daher von oben her noch einen leichten Schatten. Jetzt können wir da noch die Augen wieder rein kratzen. Dann haben wir gerade voll gefrein gekratzt. Mit Wasser schon. Dann nehmen wir die Öl. Dann nehmen wir das. Jetzt müssen wir die Öl noch ein bisschen. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir die Öl. Dann nehmen wir die Öl. So, jetzt könnte man auch noch ein paar Haare reinkratzen, wo man auch richtig verhindern kann. Macht sich ja schon ganz gut, wenn man das sieht. Bis zum nächsten Mal.